Andi Borg feiert den Tag der Deutschen Einheit mit einer brandneuen Ausgabe in seiner Weinstube. Im Oktober öffnet der beliebte Moderator und Sänger Andi Borg wieder seine Weinstube und lädt großartige Gäste ein, um gemeinsam den Tag der Deutschen Einheit zu feiern. Freut euch auf eine ganz neue Ausgabe der beliebten Show mit einer hochkarätigen Gästeliste. Mit dabei sind die Hofers, Rainer Kirsten, Andreas Hassstreiter, Martin Schmitz Swingtime, Sasso Afsnick und seine Oberkreiner, Monique, Johnny Hill sowie das Duo Nico und Leon. Sie alle sorgen für einen Abend voller musikalischer Highlights und guter Stimmung. Nicht verpassen, am 3. Oktober um 20.15 Uhr im SWR und eine Woche später im MDR. Schreibt uns in die Kommentare, auf welchen Auftritt ihr euch am meisten freut. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Schlager-News mehr zu verpassen.